Moin moin Leute, willkommen zurück bei Evolve Monster Gameplay ist angesagt, wir nehmen natürlich nochmal Goliath, denn Ah, ich hab den Charge, warte, 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 nee, 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 Felswurfspringen, Chargen am Anfang Und, äh, was nehm ich mal? Schadensbonus 11% Aber ich nehm Abklingenzeit, ich liebe Abklingenzeit verringern Und, äh, ja, bin ich mal gespannt, oh, Larze, Rus am Start, Ape und Cabot, okay Oh Gott, das kann mal ne interessante Kombi werden Da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob ich was reißen kann Ich werd natürlich wieder mein Bestes geben, ne? Das ist ja Ehrensache Das ist ja Ehrensache So, die Map ist, äh, Wetterstation Und, ähm, ich würd mal sagen, am Anfang sneaken wir direkt weg hier Wobei kommen wir da? Ja, vielleicht wäre in die andere Richtung intelligenter gewesen, muss ich ja ganz ehrlich sagen So, guck mal, da unten Können wir, nee, nee, warte, ich muss in die Richtung erstmal So, und wenn die gleich runterspringen, nicht, dass die mich noch sehen können Das wäre ja, äh, ziemlich blöd Ich schleich mal weiter Ah, hab jetzt nicht so wirklich mitgedacht, muss ich ja mal ehrlich gestehen Kann ich da hinten mal eben Stein hinwerfen Ah, hier, guck mal Die rennen mir genau in die Arme Das find ich schon mal gut Scheiße Oh fuck, oh fuck, ich muss abhauen Ja, spring dagegen Like a pro gamer So, oh fuck Oh, hier Komm schon, komm schon, komm schon Und Boom Hau den um Zumindest den Buff muss ich kriegen Okay, das ist schon mal gut Und, äh, dann rennen wir weiter So, in der Hoffnung, dass die hier nicht den Dingens aktiv kriegen Die Arena Scheiße, Vögel aufgeschreckt Das war jetzt irgendwie überhaupt nicht so gut Könnten wir mal probieren Oh fuck Das war jetzt irgendwie überhaupt nicht gut, was ich hier gemacht habe Ah, shit Okay, warte, wir werfen nochmal den Stein nach denen So, ich weiß wieder nicht Ah, ich kann den nie unterscheiden Ich kann nie erkennen, wer Lazarus ist Ich meine, gut, eigentlich sollte man ja meinen, dass es nicht so schwer ist, Lazarus da zu erkennen Okay, ich versuche jetzt mal abzuhauen Falls er die Arena macht, werde ich natürlich ein Problem haben Nö, aber die machen die Arena noch nicht Okay Ja, von mir aus Dann lasst mich ruhig nochmal entkommen Vielen Dank dafür Aber ich habe schon richtig gefressen Das, äh, ist natürlich überhaupt nicht gut Das ist überhaupt nicht gut So Eben schnell hier ein bisschen Schild anfressen Oh man, oh man, oh man, oh man Ja, ich glaube, hier bin ich in eine gute Gruppe reingeraten Ich glaube, die spielen gar nicht mal so schlecht Muss man jetzt auch mal so ehrlich zugeben dann, wenn Leute gut spielen So, wir rennen, wir rennen, wir rennen Und, äh, ja Ich muss halt eigentlich Ich muss mehr fressen Oh Gott Das dauert zu lange So So, komm, komm, komm Ah, fuck An den Vögeln Bin ich nicht vorbeigekommen Shit Okay, warte, warte, warte Den nach vorne Hier muss ich durchschieben Fuck Ich schleiche mal eben Ob es was bringt Naja Da oben haben die gut Damage gemacht An der Flora und Fauna Kriegen wir den? Ich glaube, die haben mich nicht gesehen So, hier können wir auch nochmal essen Okay, okay, okay Oh man Vielleicht kann es ja da noch was werden Und hier, den Den müssen wir kaputt machen Den Affen hier Okay, laufen, laufen, laufen Laufen, laufen, laufen Und hier würde ich jetzt einfach mal Evolven Da liegen scheiße viele Minen Habe ich jetzt leider erst gesehen Aber dann gehen wir gleich in die andere Richtung Also, wir holen uns hier den Atem Und nochmal den Felswurf Damit wir Ein bisschen mehr Schaden austeilen können Das ist die Hauptsache Das ist die Hauptsache Ich muss den Kraken freispielen Das ist halt wichtig Äh, hier, warte So Okay, komm schon Den können wir essen Waren die da eigentlich? Also, ich sehe die da gerade nicht Und den hier nochmal eben schnell fehlen Wenn das möglich ist Und nochmal abfackeln Komm schon, komm schon Okay, den haben wir Welchen Buff bekommen wir? Generiere im Laufe der Zeit Gesundheit Okay Ich probiere weiter zu sneaken Den da können wir uns mal eben schnell schnappen Und weiter Sneaky Beaky unterwegs sein Komm, den springen wir an Den Mob hier Und dann werden hier wieder Leute gefordert Sehr gut Oh fuck Oh fuck, da sind sie Wir rennen, wir rennen, wir rennen Ich habe auch schon wieder total vergessen Was für ein Buff ich eigentlich aufgesammelt hatte So, hier mal eben hochklettern Oh fuck Oh fuck, die haben mich ja wirklich gesehen Und Angriff So, wo ist Lazarus? Wo ist Lazarus? Ich muss Lazarus erwischen Ist das da Lazarus? Bin mir nicht sicher Bin mir nicht sicher So, wenn jemand liegt Dann liegt er halt erstmal Oder ich muss ihn Warte Ne, wir haben noch eine andere Möglichkeit Wir können den auch So weit töten Dass wir ihn wirklich fressen Das wäre noch die nächstbeste Möglichkeit Also guck mal hier Den hier machen wir auch nochmal kalt Hat er den anderen schon wieder aufgehoben? Ne, kann ja gar nicht, oder? Ne, der Supporter ist jetzt tot Jetzt fressen wir den So, guck mal hier So, was hier los? Schmeißt er mal einen Stein hoch Wie hat der Dat denn jetzt wieder hingekriegt? Hä? Ist das hier der Lazarus? Ich bin mir gerade nicht sicher Kann da gar nicht sein, dass ich den nicht erkenne, oder? Und Boom Und rauf, 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 rauf Ich glaube, das hier ist der Lazarus Falls das Lazarus ist, dann müssen wir den kalt machen eigentlich Oh Gott, ich werde aber verlieren, wenn ich jetzt Ah, die haben nicht mehr viel eigentlich Zwei liegen, zwei liegen Können wir es doch noch schaffen vielleicht? Oh, 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 komm, komm, komm Und hin da Den da, den da Hier, der eine hat auch nicht mehr viel Oh, ich sehe gerade nicht so viel Scheiße, der hat den anderen wieder aufgehoben, wa? Ah, fuck Okay, ne, das wird nichts mehr Das wird nichts mehr Komm, wir schmeißen nochmal einen Stein In der Hoffnung Boah, wie schnell könnt ihr den aufheben? Ja, haben wir wohl die erste Niederlage mal gefressen Aber das war auch ein sehr gutes Team, muss man sagen Also, ich glaube, die haben sich auch gekannt Ist meine Vermutung Ich bin natürlich nicht sicher Aber bitte genügend Steinwürfe gemacht Das wäre auf jeden Fall schon mal wichtig gewesen Aber wer hat denn so schnell aufgehoben von denen? Ich habe halt gehofft, dass ich die Leute fressen kann Weil Lazarus kann die dann ja nicht wieder aufheben Aber gut, vielleicht Ja, 12.000, sauber Damit haben wir den Krake freigespielt Und dann würde ich sagen Im nächsten Gameplay können wir dann endlich mal mit dem Krake spielen Leute, ich hoffe, ihr freut euch drauf Mal schauen, wie wir mit dem Kraken so spielen Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen Und ich würde sagen Sehen wir uns im nächsten Part Wieder hier bei Evolve als Monster Und ja Niederlage Was will man machen? Auch das kann mal passieren Fehleranalyse gerne in den Kommentaren Wir sehen uns beim nächsten Mal Haut rein